Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal, dem YouTube-Kanal vom Tierheim Gelsenkirchen, des Tierschutzvereins Gelsenkirchen und Umgebung e.V. Wir nehmen euch ein kleines Stück mit über das Tierheimgelände, werden euch in Zukunft auf diesem Kanal über die Hundeabteilung, Katzenabteilung und auch Kleintierabteilung unterhalten. Wir werden euch zeigen, was in der Hundeabteilung passiert, wie es den Hunden geht, was wir mit diesen Hunden alles machen. Wir zeigen die Ausführer. Ihr könnt Kontakt aufnehmen mit unserer Katzenverhaltensexpertin, der Jasmin Lindner. Diese kann euch einige Tipps geben zum Thema Klickern, Katzen integrieren, sozialisieren. Ihr könnt vieles über unsere Kleintiere erfahren im Bereich Nager, Reptilien, es gibt Schlangen. Wie werden sie gehalten? Was gibt es für Richtlinien? Ihr könnt unseren Teich sehen. Ihr könnt alle Veränderungen mitbekommen, die wir hier im Tierheim Gelsenkirchen machen. Und wenn ihr uns abonniert, und zwar hier unten, vergesst nicht auf die Glocke zu drücken, denn dann bekommt ihr jedes Video mit. Wir freuen uns auf euch. Viele liebe Grüße vom ganzen Team. Bleibt dabei. Bis dann und tschüss.